Ein Hallo an alle Zuschauer auf unserem Kanal, die sicherlich ein fröhliches Wandervideo erwarten. Dem ist heute nicht so, denn wir konnten es einfach mit unserem Gewissen nicht vereinbaren, fröhliche Wandervideos in der Natur zu zeigen und auch Späße zu machen, so wie es nun mal unsere Art ist. Während andere Leute hier gerade in unserer Region rundherum ihr Hab und Gut verloren haben, während die Überschwemmungen Häuser weggespült haben, Autos, Wohnwagen, was auch immer. Und wir fühlen sehr mit diesen Menschen und denken, es ist jetzt wirklich einfach mal an der Zeit, auszusetzen und lieber an diese Menschen zu denken, in Gedanken bei ihnen zu sein oder sogar mit leibhaftiger Hilfe, wie zum Beispiel unser Sohn das momentan macht. Wir können nur sagen, klar, es wird viel geholfen, es sind ganz viele Leute unterwegs, die spenden und so weiter. Aber trotz allem, glaube ich, kann sich keiner von uns richtig vorstellen, was es bedeutet, wenn man maximal fünf Minuten hat zu flüchten, weil sofort alles unterspült wird und mit den Fluten mitgerissen wird. Und es sind auch sehr viele Menschen ums Leben gekommen und werden vermisst oder sind schwer verletzt. Und ich denke einfach, wir setzen heute aus mit unseren Videos und Gedenken dieser Leute und wünschen in diesem Sinne allen, behaltet eure Kraft, behaltet eure Zuversicht und wir wünschen, dass möglichst schnell alles wieder ein Stückchen Richtung Normalität sich für euch entwickelt. Und alle anderen Zuschauer, die jetzt etwas irritiert sind, denen können wir nur sagen, ja, habt Geduld, in der nächsten Woche sind wir sicherlich wieder für euch da. In diesem Sinne grüßen euch Melanie und Uwe von JZELEIK. Vielen Dank.